ein neues video aus hawaii das werde jetzt auch schon das dritte ich meine in sieben wochen da kann man natürlich auch nicht mehr videos produzieren naja egal ich sitze jetzt gerade in meinem zimmer auf dem boot auf dem ich gerade seit fast sechs wochen lebe in paar tagen fliege ich auch schon nach hause aber jetzt werde ich euch endlich mal die bootstour die ich schon so lange angekündigt habe machen und euch auch den yachtclub zeigen ja ich sitze wie gesagt hier gerade in meinem zimmer auf einer kleinen bank hier ist mein backpack hier sind meine sachen da sind ein paar seile da ist meine jacke ihr habt ja alle sicherlich schon mal ein backpacking video gesehen also das video in dem ich euch zeige wie viele sachen ich hier inzwischen angesammelt habe da das boot gerade aber aktuell nicht so super aufgeräumt ist und es sunny und brie lieber ist wenn ihr das boot aufgeräumt seht werde ich euch jetzt die kleine bootstour zeigen die ich am anfang als ich hier eingezogen bin schon mal kurz für meine freunde aufgenommen hatte da werde ich euch einen kleinen ausschnitt zeigen aber was ich jetzt frisch und aktuell drehen werde das ist die yachtclub tour weil ich dann auch halt gar nichts für euch gefilmt hatte also jetzt erst mal die kleine bootstour herzlich willkommen zu meiner bootstour ich fange jetzt einfach mal an hier vorne haben wir die küche jetzt gehe ich mal weiter hier auf der rechten seite ist das privatzimmer von den bootseigentümern da ist der hund hier haben wir eine gemütliche sitzecke hier haben wir einen kleinen ofen und die futter und trinkschale vom hund hier gehen jetzt einmal hier ist das badezimmer tatarata hier ist der kleiderschrank und hier ist meine kabine man sieht alles sehr unordentlich muss man aufräumen hier oben ist ein fenster das kann man öffnen kann man rausgucken ja das war die bootstour und ich werde jetzt den hundgassen fahren tschüss ja ich hoffe ihr habt ihr jetzt gerade so einen kleinen einblick bekommen wie ungefähr das boot aussieht ist es ja sehr kurz und relativ schnell und ja jetzt gehen wir zum yachtclub los da ist kelly wir haben inzwischen da ein anderes ding drauf gemacht also in dem video seitdem habt ihr ja gesehen dass es irgendwie blau war das ist jetzt weiß schwarz und jetzt geht es ab in den yachtclub das hier ist das boot von außen hier könnt ihr einmal den steg sehen auf dem ich bin und jetzt geht es in india so ich habe jetzt gerade die perspektive gewechselt damit ihr mehr sehen könnt ich fange jetzt in den toiletten an zeige euch einmal die duschen hier gibt es die duschen gehen wir einmal rein nichts besonderes hier ist was zum zähnepuchsen sich fertig machen und jetzt gehen wir raus so da kann man hier einmal in diese richtung gehen da gibt es die office da kann man sich anmelden hier vorne ist der große eingangsbereich oben gibt es so eine sitzmöglichkeit da oben kann man auch hochgehen da gibt es immer veranstaltungen hier gibt es einmal zwei eingänge da kann man mit einer keycard reingehen ich habe aktuell auch eine keycard also hier einmal ein ich zeige euch das einfach mal ich habe meine jetzt vergessen darum sollte ich mich lieber nicht aussperren hier vorne muss man die ran halten dann piepst es und dann öffnet sich die tür auf der anderen seite das gleiche jetzt gehen wir hier einfach mal die runde hier stehen die ganzen boote draußen hier ist eine große rasenfläche und dann gehen wir hier jetzt einmal wieder rein in den yachtclub gibt es so eine möglichkeit sich hinzusetzen da vorne geht es zu den toiletten frauentoiletten und hier gibt es die küche so das ist einmal die gemeinschaftsküche die ist relativ groß haben ganz viele leute irgendwie ihre sachen abgestellt gibt es auch ja viel kram in den schränken was eigentlich so jeder benutzen kann jeder der da lust drauf hat riesigen gasherd was ich ja sehr cool finde weil ich es liebe auf gas zu kochen hier halt noch eine große spüle einen kühlschrank der leider auch sehr müllig und überfüllt ist so da vorne ist ein eiswürfelraum ich habe jetzt leider gerade meine keycard vergessen da gibt es aber auch nichts besonderes drin zu sehen da kann man halt einfach nur sich eiswürfel holen weil es da eine eiswürfelmaschine gibt hier sind so boote für die leute die halt segeln lernen wollen da gibt es auch segelkurse jetzt gehe ich hier mal weiter hier kann man Sachen recyceln hier vorne sind noch ein paar andere boote gibt es hier auch so einen kugelförmigen barbecue grill mit dem man ganz leckeres fleisch machen kann dann gehe ich jetzt auch schon hoch gehen wir mal oben zu der oberen bar mal gucken ob da gerade irgendwer ist hier sieht gerade relativ leer aus hier kann man ganz viele flaggen sehen schöner ausblick und hier ist die bar da ist so an den wochenenden immer relativ viel los da wir hier in amerika sind und ich noch nicht 21 bin darf ich an dieser bar nicht sitzen aber mache ich manchmal trotzdem muss ja niemand wissen dass ich noch nicht 21 bin jetzt hier noch die ganzen boote die man sehen kann unten auch noch die möglichkeit sich hinzusetzen jetzt gehe ich wieder nach unten zum boot dass ihr das boot auch nochmal von außen besser sehen könnt da ist es auch schon da vorne dieses boot auf dem lebe ich gerade jetzt gehen wir zurück hier habe ich draußen zum trocknen meine uv tops aufgehangen ich hoffe die sind schon trocken jetzt testen ja fühlt sich ganz gut an dann muss ich hier immer meine schuhe ausziehen das boot nicht dreckig wird dann gehe ich hier rauf so das war es jetzt auch schon mit meinem video ich hoffe euch hat die kleine Boots und Yacht Club Tour gefallen und ihr schaltet das nächste mal wieder ein dann bin ich vielleicht sogar auch schon wieder in Deutschland ich bin ja wirklich nur noch ein paar Tage hier wir haben jetzt Donnerstag ich bin auf Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und am Dienstag fliege ich schon ich weiß auch nicht wann ich dieses Video hochladen werde aber ja meine Reisezeit ist vorbei ich sehe es mit gemischten Gefühlen auf der einen Seite freue ich mich auf Deutschland auf der anderen Seite bin ich sehr traurig dass die Reisezeit vorbei ist weil ich schon auch ziemlich coole Sachen erlebt habe und ich werde aber sicherlich irgendwie hier und da nochmal ein Bild hochladen auf Instagram mein Instagram Name ist fritzcrazyworld wenn ihr mir folgen möchtet von meiner Reisezeit aber ich freue mich auch schon auf viele neue Abenteuer die dann in Deutschland passieren und ja jetzt sehe ich das nächste mal wieder macht's gut tschüss das ist das ist das ist das ist